Böböböb Böböböb Schlechte Vorbereitung Oh Gott Crane of Time Randomizer Sch-sch-sch-sch-Standardsettings Der letzte King Legendär in die Hose Nach fast 7 Stunden abgebrochen Weil ich eben was verkackt habe und nicht mehr weiter kann Versuchen wir es nochmal neu heute Später Game Over Sound Ui, Geld Ist gut Mehr Geld Dints Early Dints Okay Schneller Magic Dann möchte ich das dann schon Drei, vier Sachen Drei, vier Sachen Mit der Lens Mit dem Mit der Nocturne Dann würde ich Shadow... Schneller Shadow Temple zum Beispiel Composer Scrave wäre potenziell auch drin... Okay Okay Das ist schonmal... Schonmal dicht... Garbracelet Okay Nehmen wir so hin... Was ist ja noch... Was muss man so alles kriegen... Ja... Das ist ja eigentlich ein Ichtchen... ぁ Möchtest 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 Z巧 Acz Hi! Mahlzeit! Oh, bruh. Geht doch. Okay, item equipment is hard. Ähm, wie lange bin ich heute online? Wenn der Randomizer gut läuft, bin ich ja um 20, 21 Uhr durch und dann noch so ein paar Stündchen dran hängen. Eins, zwei Uhr, so in dem Dreh, denke ich mal. Alles klar, ich darf mich später. Schau, was der... ...der Kotrin noch so ein Angebot hat. Okay, großen Schild ist jetzt nicht so nützlich, wenn wir anfangen vom Spiegel direkt mit Items zugebobbt. Okay. Verdammt. Okay, Iron Roots, jetzt nicht verkehrt. Könnte ein schneller Water-Tempel werden. Schon Kaffee gut. Ein früherer Water-Tempel oder... Ja, dann auch ein schneller... ...schnelles Diving in the Lab. Ja. Komm, dreh dich weg. Okay. Die Golds... Die Golds... ...drin farme ich nah. Die hole ich... Ich bummerang ab. Ich bin nicht so weit gekommen, sonst gibt es ja noch genug andere... ...zupensionen, die hier oben holen wir jetzt, weil die ist jetzt hier direkt... ...zupensionen, die hier oben... ...zupensionen... 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 Hier ist noch die Base Monchesso. Dann können wir schon wieder raus. Genau. Die beiden hole ich mir später. Okay. Chillt. Hätte ich mir also den Tree mehr oder weniger sparen können? Yay! Den Scrub für 40 Rupees kann ich noch nicht machen, weil ich keine 40 Rupees habe. Ich kann mir hier mal den... den Tip abholen. Okay. Das ist eine gute Info. Also sind 50 Skulltolos raus. Das sind schon mal 10, nicht weniger. Das sind die 5, die 6, die 11 Rupees mitnehmen. Und diesmal habe ich sogar genug Rupees für... ähm... fürs Angeln. Auf Anhieb. Weil ich die 50 am Anfang gefunden habe. Das war... das war ziemlich gut. Da ist jetzt wieder Gerudo-Welle, die beiden Dinger machen. Runter Scarecrow-Song holen. Angeln. Water-Bottle-Check. Hoch. Kasse. Danach zum Bauernhof. Danach, äh... Danach, äh... Wieder zum... Schloss. Den Kassel-Bauernhof. Kakariko. Weil's dann... Theoretisch Nacht sein sollte, wenn mein Roof mitpassen würde. Ich war gerade Nachtwirt, damit ich... Dimper machen kann. Das wird's hier gerade... Nacht. Jetzt wird's gerade dunkel. Also bin ich bei... Theoretisch beim... Tags am Bruch... Wieder unten am... Äh... Unten am See. Link! Nein, 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 dann Link! Boah, ich krieg's kotzen. Ja, dann... Dann nicht! Dann kein Waterfall-Heartpiece. Super. Schön! Das ist jetzt eine Hookshot oder Light Arrows oder sonst irgendwas geist. Magic. Ah. Frogs in the rain... Geben. Deco not upgrades. Frogs sind raus. Angeln. Ja, ist für Tag. Race Music. Hui. Wow, das ging schnell. Gucken wir mal eine Sekunde aufs Handy. Schon hat man hier... Den dicken... Äh... Twinrover-Fisch am... Haken. Nun gut. Oh gut. Die Richtung schwimmen... Water bottle. Check. Ice arrows. Weg! Mach. Nehmen wir noch mit demsschenиль. Schusses... hopefully... Warte! Ich kann mir nicht sagen! Warte. Toilet. Keiner bewegt sich. Wo ist mein Timer? Da. Ok, Krodo checkt. So, ich warte jetzt fullischen Scheiß. Ah, kommt hin, ok. Ok. Gut, nehmen wir einfach so. Das könnte sogar tatsächlich mit der Time of the Day passen. Ah, ah, ah. Das könnte tatsächlich so passen, wie ich es mir gedacht habe. Wie ich es mir erhofft habe. Gut, noch mal wieder. Und, schön, gut. Danke. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Stimmt ja, die... Die Zeit läuft ja weiter im... hinten im Dings. Das passt aber auch ganz gut. Oh. Aus Protesta mit linken bleibenden Hirnschaden davonträgt. Den hat er, glaube ich, eh schon. Anyway. Shooty-Gallery. Ach, cool. Ja, der ist... Irgendwas musste wieder sein. Ja. Der Control-Stick hängt... Ein bisschen... Glaub ich, so die Dead Zone ist... Äh, vielleicht brauche ich echt einen, äh, GameCube-Controller dafür. Wäre aber wieder so eine krasse... Umstellung auf die... Wegen der C-Buttons und X und Y. E-Mailon hat er ja... Alle guten Dinge sind drei. Ach, nicht lesen. Link, mach doch die... Tür auf. Navi, Mut. Das heißt Epona, Mut nicht. Nee, das war nicht Navi, das war der... Under the icy water slice arrows five pieces. Under the icy water slice arrows five pieces. Heißt das jetzt... Sayers fountain heart piece? Sint fünf arrows? Möglich. Möglich. Der icy water slice five arrows. Dann sind die Iron Boots fünf arrows. Ja, sie gibt den gleichen Hins. Gut, das ist ja schon... Mal... Guck was die mir finden... Das ist nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe. Aber gut. Da kann ich schon mal nicht viel mit anfangen. Oh nein, peut sein. Da ist es so, was ich... Wir Пока von dir... Weil, ich nur über Patien alle, die zweite Nam stan. Ah, ja geil Okay Anju, vielen Dank Okay, und schon ist mir das Heartbeat nicht mehr wert Schon ist mir das Heartbeat nicht mehr wert Und schon verliere ich Den Plan, den ich im Kopf hatte Backgrotto Hast du den gleichen Hint, oder? Oh GGG's Way of the Hero Wow Okay Okay Mariotic Magix Ssssssssssssssssssssssssss. Ja, jetzt geht das Mask- jetzt geht das Mask again. FURRY BOY UND MR HERO. Fixed Manoroof holen. FURRY BOY UND MR HERO. FURRY BOY UND MR HERO. FURRY BOY UND MR HERO. Nicht die Kapazität. FURRY BOY UND MR HERO. FURRY BOY UND MR HERO. FURRY BOY UND MR HERO. Mein Timer möchte ich aber gerne behalten. Ah, wie lange das dauert. Einfach bis zur Nacht. Greener Memory Game geht jetzt auch. Ah, ich kann den kompletten... Ne, ich könnte Saria's Song machen. Stimmt. Ich könnte Saria's Song noch... Checken. Okay. Machen wir Stampey und dann... Die Passkultur lässt die noch oben. Meine Güte. Was war das denn? Na, endlich wird's nachts. Wo? Baby? Danke. Nein, diesmal sage ich es nicht. Diesmal sage ich es nicht. Diesmal speist mir. Aber die hole ich mir diesmal. Das ist Nummer drei, meine ich. Vier schon. Guck mal, was das ist. Ob es sich wirklich lohnt, das zu verschieben. Bomb-Schuhs, Bomb-Schuhs. Oh. Ah, hätte ich jetzt natürlich direkt das Skulptural-Ambed mitnehmen können. Aber nein, die kann ich mir auch als Erwachsener viel einfacher holen. Und dann kann ich auch Dodongo gehen. Genau, ja. Finde ich besser. Besserer Plan. Definitiv die Schuhs als Erwachsener holen und dann DC als Erwachsener machen. Danke, Damp-Dampy. Danke. Danke. Zehn Rupees für... ...eine Recovery Art. Scam. Ja, wow. Okay. 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 Hi. Mahlzeit. Mahlzeit. Dich nehmen wir mit. Und ich hier oben nehme mir auch noch mit. Äh, ich hoffe es. Wäre cool. Der letzte war bei sieben Stunden zu Ende, weil ich ausgemacht habe. Weil ich irgendwo irgendwas... Ich denke, ich habe irgendwo was zu früh wegmarkiert. Und habe mich dann total verfranst und bin einfach nicht mehr weitergekommen. Es war dann auch... ...6 Uhr 30. Danke. Und um 6 Uhr 30 hatte ich dann auch nicht mehr die Lust noch, weiterzumachen. Jo. Ja, die Kürtung. Okay. Ja. Deshalb, ähm... So der Gedanke, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen eher als 19, 30, 20 und mit dem Randomizer anfangen. Könnte nicht verkehrt sein. Ja. Wenn ich dann jetzt fertig werde, wenn ich jetzt fertig werde in 5 Stunden oder so, dann... Ähm... ...hab ich noch Zeit, um ein bisschen was hinten dran zu hängen. Und, äh... Ja. Vielleicht hat man nachmittags auch 2, 3 Peoples mehr, die einschalten können. Oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Diesmal war wirklich... ...wirklich. Diesmal mache ich was. Kriege ich das vielleicht hin? Hallo? Hallo? Ich spiele gerade Don't Star... Auf der Switch! Und verrecke immer im Winter. Ja, das Problem kenne ich. Ähm... Aber man muss ja auch immer als... Wie heißt der? Winston? Wallace? Willis? William? Wolfred? Warren? Am besten als... Mit dem... Mit dem Standardcharakter spielen. Weil der kriegt ja im Winter ein Bart. Oder der kriegt ein Bart und im Winter, äh... Ach, die Feuerfrau. Gut, damit kann man sich auch werden. Willow, glaube ich, heißt sie. Die... Die immer alles und jeden anzündet. Die Feuerpsychofrau. Nein. Häu... Nee, nee, nee. Neeee. Nee, 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 nee. Sauber, das geht schnell. Na gut, aber... Immerhin, äh... Kannst du die dann... Einfach an Lagerfeuer machen. Woll? Witt die Willow nicht von dem Geist ihrer verstorbenen Schwester verfolgt? Heimgesucht oder sowas? Die hatte doch so eine ganz creepige Lore. Das Prelude. Prelude ist gut. Ich weiß gar nicht, was ich am PC geschafft habe. Ich glaube aber irgendwie 40, 50 Tage mal in einem guten Lauf. Ich war Glück mit der Map gehabt. Und gut zu fressen hatte. Gefahren machen konnte. Ich glaube auch zu zweit ist das viel, viel schwerer. Da passt sich das Spiel dann natürlich an. Und dann wird es ganz, ganz gemein. Ganz räudig. Richtig unfair. Ja, das stimmt. Man muss schon gucken. Das Spiel ist schon echt schwer und unfair. Okay. Biss auf Fahrrad geeignet. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Das Spiel ist schon mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gern oder ich weiß nicht. Wilsinn. Ja, Wilsnn. Wilsinn! Wigshaaaaaaan! Wigshaaaaaa! Fairy Fountain! Yeeeey! Guck mal mal, was wir wohl haben! Water-Tempel, kann ich...? Och! Ja, ich kann mir ein Water-Tempel sparen! Und ich kann mir ein Fire-Tempel sparen? Oh! Das ist ein All-Child-Run. All-Child-Dungeon. Rando. Ich habe das Schwert und bin jetzt erwachsen. Wuhuu! Ja! Woop! Ah ja, Moment. Oh, verdammt, jetzt habe ich es weggedrungen. Nein, wo ist es? Da. Den habe ich weg. Oh, verdammt, jetzt habe ich es weggedrungen. Den habe ich nicht so. Aber ich brauche ein Momentchen. Nein, da. Vielen Dank. Da ist er wieder. Äh, ne, nicht Tastatur. Immer noch nicht. Das Spiel läuft immer noch nicht mit der Tastatur. Bestimmt cool. So, mit der Tastatur. Mit so einem 16-Ecken-Control-Stick auf Tastatur. So. Äh, Jabu ist Light Medallion. Forest Temple ist Vanilla. Die Sea ist Fire. Shadow ist Water. Deco-Tree ist Shadow. Dunkler Deco-Tree. Spirit Temple ist Spirit. Okay. Okay. Die Route ist Clear. Ja. Moment, Moment, Moment. Halt, 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 Halt. Wo ist hier? Weg. Äh, und jetzt brauche ich doch tatsächlich, äh, Way of the Hero GTG. Kakariko. So. Das war Kakariko. Äh, Desert Colossus. Oh, ja. Horseback Archery 1500 ist raus. Gott sei Dank. Es gibt doch einen Gott. Hahaha. Gott sei Dank. Muss ich das nicht machen. Ähm. Aber wo wollte ich... Gott sei Dank. Ausbeck Archery hat sich erledigt. Geil. Okay, dann holen wir uns jetzt die... Bob-Tchus. Hier Shooting Gallery als Erwachsener kann ich mir ja schon sparen. Oh, das ist jetzt... Ach, nee, Ice Traps habe ich nicht mehr, ne? Nee, Ice Traps nicht mehr. You got bomb-Tchus. Klack. Halbe Mäbis. Verfügbar. Eier. Ja. Fertig? Ach. D Bam. Eier. L rooted. Okay. Song für den Fire Tempel gelernt und nicht in den Fire Tempel müssen. Was ist denn da oben? Windmill Heart Piece ist Windmill Heart Piece. Okay. Dann jetzt, wie gewohnt, DIPPERES. Ah. I fucking hate it. Red Rupee. Graveyard Ledge ist Red Rupee. Der Dimpi ist heute wieder sehr heiß. Der Dimpi ist heute wieder sehr heiß. Mal schmeißt der Zweifler, mal schmeißt der 1200. Ah. 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 Die Grieco-Village ist der Heroin. Oh mein Gott, ich hab mir das holen können, hab ich schon mal hier hochritten, aber nein. Oh mein Gott, ich hab mir das hier, ich hab mir das hier. all right all righty then wow Oh... Krass. Le Bonk, oder? Noch mal Le Bonk, oder? Oh... Hey, ich hab einfach... Magique! Das ist immer viel Vanilla hier. Viel Original. Oh, got it. Pfeile! Pfeile! Du musst aufpassen. Vielleicht tot. Jetzt hast du einen Recovery Hard, oder? Pfeile, ganz nett. Green of Time... Das ist ein Captain of Shadows. Das ist es... Pfeile! Die, die, die! Wer ist er? Okay, dann wieder die Pfeil- und Bogen-Methode. Fett! Fett! Okay, dann gibt's jetzt den ersten... ...Wave the Hero... ...Check... ...Shit, ich dachte, ich... ...Dachte! Ich habe nicht richtig gedacht. Na gut. Ich weiß, ich bin tot. Ist das hier nicht nur nachts da? Ja, die ist glaube ich nur nachts da. ...Shutniks! 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 Was ist das? Gannondorf-Musik? ...Shutniks! 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 All right, nice. Okay. Boomerang. Also Leitmedalien. Chabuu. Chabuu. Chabuu, Chabuu. Ah, oui, oui. Monsieur Chabuu. Okay. Ich glaube, die kriege ich da oben. Ich glaube, die kriege ich da oben. Okay. Katzi... Musik ist wieder weg. Dann hoffe ich, dass, äh... DC ohne Music, Dodongos Cave ohne Music. Macht auch Spaß, ne? Da ist die Musik wieder. Und, äh... Bonk. Und, äh... Bonk. Und, äh... Äh... Ja... Och, äh... Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Warum mach ich's mir eigentlich so schwer? Äh... Eben. Warum mach ich's mir so schwer? Ja... 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 Eben. Eben. Ja, fast Naja, fast Jetzt Nein, ooooh Verdammt Fünf Bomben Okay Jetzt wird's lächerlich Das Spiel wusste, dass ich hier so verkacke Deshalb hab ich Bomben gekriegt Halt, stopp Da Natürlich ist das Ding nicht in der Abfallsbewegung gewesen Warum auch? Er war auch zu einfach Aber einfach ist langweilig Einfach kann jeder Bombe Oh, ich dachte jetzt wieder Bock Push Push, Link Push, nicht Pull Das war ein Ein schlechter Camera Angle Tick, 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 tick Ich schaack Bonk, nein, kein Bonk Okay Above boss Above boss Da ist er. Und? Keiner Musik? Naja. Zuck. Okay. Okay, cool. Okay, yeah. Wo? Oah! Er macht wirklich eine Hard Piece aus. Okay. Okay, er macht eine Hard Piece. Kein Problem. Kann ich mit leben. Ich habe Sirachias Song nicht. Ähm, da geht es jetzt in den... Noch. Noch Not Temple of Time. Ich bin hier... Mit 12 Skulls. Also, warum nicht mal eben gucken? Okay. Hätte man sich auch sparen können. Ah, einen Bob-Drop. Zwei Bob-Drops, oder? Oh! Oh! Jetzt geht's in den Wald. Zwei Grottos und einen Salesman checken. Äh, dann den S-Skip in den Forest-Temple. Also, in den... äh... Sacred Forest Meadow. Dann den Forest-Temple klären. Das nächste Medallion holen. Forest-Medallion holen. Den Song of Jack natürlich. Begoron-Crafts-Recovery-Heart. Gut, das braucht man nicht. Generic Grotto-One. Ähm... Okay, 40 Skulls sind raus! Denn ein Piece of Heart brauche ich nicht. Schst! 1st Try. Also ist der gesamte Trick jetzt nicht so schwer. Weil man einmal weiß, wie es geht. Was willst du denn? Was willst du denn? Lostwood Cell Scrapto? Ja. Wer will den Double Kill? Was willst du denn? Nein! Natürlich, es war der Falsche! Verdammt! Unvergehung! Passt. elt Kids, geh mir die auf den Sack. Schwere Geburt. Ja. Ja, auch hier. Ja, natürlich jetzt Wasser. What else? Das hat bestimmt wehgetan. Das hat bestimmt wehgetan. Das hat bestimmt wehgetan. Okay, Minuit check. Minuit ist Lullaby. Cool. Okay. Das ist sogar nicht schlecht. Shit. Wir gehen jetzt einige Faerie-Fountains. Reverse, way of the hero. Okay. Oh, two-man. Wuuup. Nice. Was wollte ich hier heute mal erzählen? Ja, Light Arrows. Cool. Light Arrows, Bogen, Magic, eine Sorge weniger. Ah, und wieder keine Musik im Tempel. Was soll, was soll das? Ja, Mail hat neulich, weil die ganze Zeit nichts sind. Und jetzt mit einem Mal kommen wieder 38.000. Das ist jetzt die Forest Temple Musik. Ist aber... Ja, ist sie. Sehr stressvoll. Sehr, sehr stressig, die Musik. Und ich glaube, das war's dann auch schon wieder mit der Musik. Nein, tatsächlich nicht. Wow. Zeit nutzen. Ein Stück Eis, wir gönnen. Ah. Die ganze Welt widerrichten hier. Ja, komm. Also, ähm... 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 .com 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 Das ist ne runde Ecke. Eine runde Ecke. Eine abgerundete Kante. Kann man nicht, äh... Naja. Sollte ich lassen. Das ist eine Abgerundete Kante. Eine Abgerundete Kante. Eine Abgerundete Kante. Wann muss ich da überhaupt rein? Ist das nicht oben rechts? War ich doch schon. Natürlich war ich hier schon. Und stopp, mein Timer ist wieder weg. Ja. 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 Nein, 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 die Tür ist zu. Also erst den Gang gerade machen, dann gibt Boss Key nämlich einen Schlüssel. Boss Key gibt einen normalen Key. Ja, natürlich, in welchem Fall schlicht im Moment. Soh. Ich weiß nicht, warum er es wieder nicht hier gemacht hat. Wahrscheinlich, weil ich, äh... Ja, geht doch. Geht doch! Ach, Quatsch. Mach ich denn? Okay, Link, alles klar. Aua. Link wusste jetzt nicht mehr so genau, was er machen sollte. An dieser Kante. Runterfallen oder hochziehen? Er war sich uneins. Ach, so war er ganz hoch. Ja. Soh, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Nein, nur Herzen. Gut. Nein, nur Herzen. Ich bin auch adäquat verrenkt. Ja gut. Irgendein Scheiß, Alter. Recovery, Alter. Bloopy. Oh, das Movement, though. Sick. Ah ja, doch, jetzt. Jetzt dieser Raum. Ich glaube, das Ding reicht aber nicht bis dahin. Zum Auftrauen, oder? Nee, bin ich. Nein. Aber das müsste jetzt so gehen. Ja. Ach so. Muss ich mal mit dem Fall sein. Geht auch so? Okay. Ja, gerne. Okay. Okay. Geht auch. Again. Das war's für heute. Ja. Oh, das war's für Dereck. Green Poe mit den süßen Augen. Mit den süßen... Mit den großen süßen... Cooler Augen und ich treffe den Block nicht. Willkommen zurück. Dann, äh... Lasst uns hier noch... Hier noch viel Spaß haben. Ich darf gespannt sein, was hier noch so auf uns zukommt. Okay. Ah. Guck mal, ob ich jetzt, äh... Ob ich noch den ersten hier sehe. Wo ist er denn? Du. Du bist es. Du bist ja. Du bist er. Du bist er. Gut, wunderbar. Oh yeah. Aus der Luft die Pfeile gesnackt, hat er. Aus der Luft die Pfeile gesnackt. Hallo Link. Tja, drehen, alle Knöpfe, alle, alle Knöpfe hier anmachen. Bonk. Tja, drehen, alle, alle, alle. 16 und... Na gut. Na gut. Nochmal ein Piece of Heart von mir aus. Okay, let's get this bread. Let's get this mother... Trucker dead. What is this? Shhh. I love Shadow Temple. Yeah, I love Shadow Temple. Oh, 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 oh. Nein, nein. Oh. Der hat aber ganz knapp getroffen. Der hat gar nicht getroffen. Der hat gar nicht getroffen. Nice. Nice. Das ging flott. Gleich noch Spirit und Shadow. Deku Tree und Jabu. Cool. Spirit und Shadow kann ich noch nicht machen. Deku und Jabu. Aber für Jabu brauche ich Dings. Für Jabu brauche ich den Brief von Ruto. Ergo werde ich noch ein bisschen hier rumrennen müssen. Erwachsener Lonk. Ja. Ja, da habe ich gar nicht so die Wahl. Aber ich habe ja noch eine Menge Sachen, die ich machen kann. Menge Checks auf... Beispielsweise ganz viel unten am See. Was ich dann jetzt noch tun werde. Am Weg dahin zwei Grotten am See auf dem Dach um das Tauchen. Den Fire Arrow angeln. Drei, vier, fünf Sachen. Sechs Sachen. Die haben wir da runter erledigen. Also. Hoffen wir mal, dass da irgendwo Ruto's Lad dabei ist. Oder Slingshot. Das Slingshot wäre auch nicht verkehrt. Könnte ich denn mit dem Deku Tree fertig machen. Oh, seriously. Die Shit. Ich bin mir da. Mein Ja, okay. Äh. Er ermöglicht mir wieder... 3, 4 weitere Sachen. Oben bei den Gorons. Ja, ja. Ja. Ich komme ja gar nicht so runter zum Dreh. Stimmt, ich habe das Pony wieder nicht. Egal, muss ich da hoch? Oh, kann ich ja eh in die Richtung gehen. Na gut, einer für 10er. Na gut. Zum Wohl. Zum Bekleckern. Zum Bekleckern. Zum Bekleckern. Zum Bekleckern. Zum Bekleckern. Nei. Sch... Aaaaah. Schade. Okay. Okay, die krieg ich noch. Schade. Jetzt hätte ich zwei bekommen. Aber... Oh. Sons Song krieg ich bestimmt auch noch. Bunch of Arrows. Okay, dann als nächstes... Lassen wir uns... Catch Horn. Stay where you are. Okay, ja, klar, gerne. Nehmt mich gefangen, Ladies. Gab es nicht immer einen Trick? Ne. Gab es nicht immer einen Trick, wo man sich hätte durch die Ding schießen können? Wenn man sich durchs Ceiling schießen könnte... Na gut. Kann ich mir aber eigentlich schon mal merken. Es geht so nicht. Von da oben kommt man nicht zum... Zum Ding durch. Lady. Hey. 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 Von hier aus krieg ich Rooftop Chest. Genau. Es geht gleich. Ich sag's mal. Ach so. Mir ist ja. Hier. Ja. Wir haben... Wir haben... Warn paste. Warn. Wir haben... Ja, gut. Hauptsache wieder neun Herzen. Andererseits... ... bin ich ja gar nicht mehr so viel Bonk im Spiel. Eigentlich habe ich... ... bis jetzt doch ganz gute Fortschritte gemacht. ... ... ... ... GG. GG Easy! ... 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 weil mir es, äh, ja, genau, geht noch nicht. Ah, weil Stärke-Upgrade fehlt. Aber ein bisschen was kann ich ja schon mal machen. Like, like. Like, like. Lobby 1, Lobby 2. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Okay. Hoppala, jetzt kann ich gar nicht gucken, was für eine Notification ist, weil ich vermute, es war ein Host. Ah, Major Demon. Hey! Danke für den Host. Sehr nett von dir. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Alles fit? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Ach, verdammt, jetzt... Schade. Schade. Wobei... Es geht auch einfacher. Einfach... So. Ach, gut. Stimmt, das Ding merkt, wenn man zu weit springt. so, es geht doch immer los. Oh, ja. Different. Ich verstehe jetzt eine Stärke sehr. Ach, sea. G鼻 Ah, wo ist denn eigentlich der Typ da? Gut, kann man machen. Ist jetzt nicht sooo interessant. Das kann man auch machen. Ich hab noch keinen einzigen Schlüssel gefunden. Keinen Schlüssel. Ja. Find ich auch. Hatte ich die letzten Male irgendwie häufiger. Ich kann mal ein bisschen durchklicken, dass er die nochmal von Handrandomisen oder sowas. Irgendwas selber einstellen, dass man eine schickere, interessante Fahrrad oder so. Ich hab ja eigentlich schon mal erwähnt, dass ich genau diese drauf hasse. Genau wegen sowas. Warum ist der jetzt nicht ordentlich? Ja, ich muss da aber rein, weil's, äh, the way of the hero ist. Leider. Aber eigentlich, eigentlich geht's ja. Ja, wenn man, wenn du 3, 4, 5, 6, 10.000 Mal hier durch bist und, äh, ein Gefühl für das Ding hast, weiß was, wann, wie, wo ist, da geht dann alles. Ah, ich krieg's kurz. Das ist aber auch irgendwie, hab ich das Gefühl, mein, der Controller fängt an rumzuspacken. Der, manchmal läuft der Link gar nicht mehr richtig nach vorne. So, sowas. Hängt an der Ledge und fällt instant unter. Ja, mach ich den Scheiß jetzt so lange, bis ich krepier, ne? Lange dauert's ja nicht mehr. Lange dauert's ja nicht mehr. Mal eben schnell da hoch, aber auch mit schnell da hoch war nix. Mal eben schnell geht hier nicht. Dann ist die Musik auch noch so stressig. Oh, ich drück, ich drück voll nach, voll nach vorne und Link macht, tipp, 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 tipp. Wie viele von den Gerudo-Weibern hier wohl schon... Nee, ich hab, ich hab nix eingestellt und nix geändert. Ich denk einfach mal, weil das kein original Nintendo-Controller ist, äh... ...ist da irgendwie... ...das Ding jetzt schon so ausgelutscht. Nein, Mann, ich krieg's kotzen! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Die Musik kotzt mich an. Ich glaub, den stimmt. Entschuldigung für den Ausraster, aber irgendwann hört's doch mal auf. Ich weiß nicht, ob ich den Raum schaffe... Nee, Alter, ah Gott. ... 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 Muscheln, mein Lieblingsgegner. Huhuhuhuhuhuhu! Was hat ich? Ich hab, glaub ich, ne Greenpoche gekriegt, ja. Ich glaube, das war jetzt knapp. Das war knapp, ja. Dezent. Perfektes Timing natürlich. Das war alles geplant. Das war... ...bis auf die letzte Sekunde war das ausgerechnet, dass das funktioniert. ... Aber was ist das hier? Wie, wie heißt der? Oh... ...keine Ahnung. ... ... ... Das ist... Das ist Beemose. Die Viecher hören sich an wie... wenn Schildkröten Sex haben. Oder nicht. Die machen da auch so Sounds. Oh, ernsthaft an der Ecke... An der Ledge kann man bomben. Ja, ne? Eigentlich, äh... Ja. Vier Stück. Vier Stück free ist doch gut. Mehr oder weniger free. Na gut, ich brauche jetzt noch... Slingshot, damit ich die beiden Schilddinger holen kann. Äh... Safe Warp. Das war, glaube ich, Near Scarecrow. Toilet? Ach! Toilet! Jetzt macht das auch Sinn. Dass die Tour... Im Dings Toilet genannt wird. Aha, ist das wohl. Äh... Rechtsrum gibt es zwei Touren. Hätte ich mir auch... Hätte ich mir auch wieder zwei Schlüssel sparen können hier, ey. Äh... Äh... Wo ging's denn jetzt noch mal... Wo ging's denn noch mal hoch? In den Versteckten. War das hier? Nein, ne? Nee, ne? Andere Seite, ja. Ja, mit dem Auge wär's einfacher. Aber hab ich ja noch nicht. Hier drin. Hier? Nee, ein zurück, ein zurück. In dem Raum. In dem Raum hoch, ne? Ja. Ich glaube. Nein. Doch. Hm. Ja, ein bisschen... Okay. Alle guten Dinge sind drei. Ich war doch im richtigen Raum. Alle guten Dinge sind vier. Ich stelle mich manchmal schon ein bisschen sehr dämlich an. Ja. Aber nur ein bisschen. Sehr dämlich. Sehr dämlich. Nein, okay. Dann müsste ich ja jetzt theoretisch mit den Truhen, die hier kommen, bei den Pistolen-Ice-Arrows durchkommen. Nein. Muss gar nicht sein. Weil ich noch nicht das Stärke-Upgrade habe. Ich kann noch nicht die dicken Blöcke pushen und dadurch fehlen mir vier Truhen. Ich kann noch nicht die dicken Blöcke gucken. Hm. Ja. Schlüssel oder... Schlüssel oder Ende? Letztes Ende. Okay, äh, sch... Stärke-Upgrade. Ich brauchte Stärke-Upgrade, um weiterzukommen. Ja, aber irgendwas anderes muss noch gehen. Der, der Raum mit dem Hammer. War der nicht hier, ey? Dem Hammer und der brennenden Plattform-Ofen. Ach! Den Raum, den ich meine, ist, ähm... Forest, äh, Forest. Äh, 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 Spirit Temple. Ja, 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 ja. Okay, ähm... Das war jetzt auch nicht nötig, das... Die Speicherkacke? Ich hätte auch eine... Ja, ich brauch mit... Ich brauch das, äh, nächste... Stärke-Upgrade, ist richtig. Dann komm ich... Dann komm ich da in die letzten, äh... Sechs Truppen. Bis dahin... Bis dahin... Gut, ich kann hier was... Ich kann erstmal hier die... Grotto gucken. Reicht, die Sina. Doch, doch, war noch... Ja, ich kann hier ein bisschen weitergeben. Ich habe mich jetzt nicht gewundert, wenn nicht... Für mich jetzt nicht gewundert, wenn nicht... Ich bin hier... Ich bin hier... Die heiligste Steppe sogar, ja. Gucken wir mal, ob sich das Ding hier lohnt. Nein. Bin ich der Meinung, für'n Hardpiece da runtertauchen lohnt nicht. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Hüttel, hüttel, hüttel! Ach, ich kann noch... Ja, dann halt. Ich brauch' keinen Hardcontainer. Kann ich, kann ich ignoriert werden. Auf jeden Fall uninteressant. Wär das jetzt Stärke-Upgrade oder, äh, Slingshot oder sonst irgendwas nützliches. Ja, kann er ruhig. Herzkontainer, kann er ruhig den Chatraum verlassen. Das ist mir egal. Da hab' ich überhaupt keine Probleme mit. Komm' ich da... Da komm' ich, glaub' ich, nicht rüber, wenn ich... Ne. Doch! Oh, oh, oh. Ich glaube, das könnte wehtun, wenn man da so drauf landet. Dürfte zumeist tödlich enden. Als Kind hab' ich nämlich... ...wieder mal... ...äh, verkackt, das Hühnchen zu greifen. Deshalb ist der Check hier noch offen. Jetzt guck' mal, was bei rumkommt. Ob was bei rumkommt. Ja! Ja! Ich find' jetzt... ...war jetzt nicht verkehrt, ne? Zora Scales, Silverscale, ähm... Diving-Minigame. Nein. Ich hab' ja auch noch keinen Song of Storms. Deshalb kann ich auch noch nicht Bottom of the Well. Weil ich diesen Navi-Dive-Skip nicht kann. Der vermutlich total einfach ist. Zumindest sieht der nicht so kompliziert aus. Aber egal. Warst aber nett. Nein! Hab' ich nicht! Den kann ich nicht. Ich kann den nicht, verdammt. Nein, ich mach' nur diese... ...komischen Glitches. ISG. Mehr nicht. ISG für zwei Bosse und, äh... ...die Starforce. Soll mir reichen. Danke. Sehr nett. Komm, Fischi, Fischi. Oh, jetzt hat der Stick wieder nicht. Mann. Ja, ja, toll. Jetzt ist der Fisch weg und jetzt krieg' ich den nicht mehr. Oh, weil er jetzt nicht zurück auf seine eigentliche Position geht. Scheiß, Fischi. Scheiß, Fischi. Oh, wart's ab, Fischi. Wart es ab. Freu du dich auf nächsten Freitag. Bitte auch. todd, blab's ab. Bein. Bein. Wart es ab. Wart es ab. Du bist weg. Wart es ab. Wart es ab. Wart es ab. Mich so desinteressiert. Guck mal, wie lustig der hier tanzt, der Schwimmer. What a pain. Hau. Ho. Nein. Vielleicht ist das was... Letztes Mal war es der Hammer. Äh... Äh... Einfach in den Chat! Keine Ahnung, ich, äh... behalte mir die irgendwie. Die kann ich bestimmt auch irgendwie... Äh... Die kann man bestimmt irgendwie auf dem Kanal verlinken. Embedden. Nüsse. Nutz! Wuhu! Dieser Trick, dieser Skip, das ist auch so lachhaft. Machst du einfach so Glück? Komm, Obby. Ja, äh... Okay, gut. Jetzt ist aber so... Jetzt ist es halt mitten am Tag. Mitten am Tag... Kack! Kack! Das ist kack... Kack! Das dauert... Ne. Das ist mir zu viel... Oh! Guck da einfach im Browser-Verlauf. Dann jetzt die Zora's Fountain checken. Boah, ich brauch unbedingt Slingshot. Bombschuh-Bowling-Dog-Lady-Gate. Noch... Hyrule-Castle-Ferry. Als Kind in Goron-City. Ganz, ganz, ganz viel. Ocarina-Memory-Game habe ich auch noch nicht gemacht. Sirachias-Song. Der Deku-Scrub ist offen. Torch-Run. Jaja... Der geht noch ganz viel. Der geht noch ganz viel. Dürfte zumeist tödlich enden. Ja, ist richtig. Besten Dank. Was haben wir da? Das ist der... Das ist Rudo's Letter. Nice! Nice! Komm ich so natürlich nicht rüber. Also... Nehm ich dich nochmal raus. Äh... Aber ich... Kann ich das nicht? Ja, kann ich. Ja... Flieg doch einfach hin. Habe ich ein Hühnchen als Erwachsener? Nein. Aber bietet sich ja eh an. Ähm... Dann kann ich als Kind nämlich direkt durch und Jabo machen. Weil ich ja jetzt aus dem... Ich hab Magie. Willst du mir denn damit sagen? Warum habe ich jetzt hier aufgemacht? Nein, ich will in die Grotto. Also... Ja, hab ich... Ja, hab ich... Ich hab schon begriffen, dass das ein Witz war. Mit Magie. Hexen... Hexenwerk und so. Oh... Zauberei! Zauberei! Nein, von hier oben komm ich doch da dran. Nein, von hier oben komm ich doch da dran. Müsste ich doch eigentlich. Okay, Fire Temple Flare Dancer Slingshot... Hauptsache 50 Pfeiler. Okay, kann man natürlich auch so machen. Ist dann halt... Kacke. Ähm... Ja, okay. Ja, okay. Volcano... 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 Vol... Vol... ... Geirofford. Peace, wo ist es? Es ist nicht dabei. Gratow. Gratow? Näh. Gratow. Also ja, weil's okay. Peace of Heart... Peace of Heart war okay. What? War okay. Vielleicht bleib ich auch einfach in der nächsten Grotto, weil die Musik da so anbenehm ist. Und boah. Ja, Bauerngrotto. Genau. Sehr schön. Immer so. Ist gekauft. Ich möchte mir vielleicht jemanden ein bisschen Hookshot-Aiming verkaufen. Hookshot und Bone Arrow-Aiming. Würde ich nämlich auch gerne nehmen. Gut, also wenn ich aufpasse mit dem Schaden und mich nicht allzu dumm anstelle, also wird das nicht klappen, dann könnte ich den Feiertempel sogar ohne Dingsrüstung schaffen. Ohne die Kack-Gewohnen-Rüstung. Gut, zwölf Skulltolast. Ja, hallo, ich hätte gerne zwölf Skulltolast to go. Ja, hallo, ich hätte gerne zwölf Skulltolast to go. Ja, 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 ja. Flaredancer, Slingshot, get. Dann denke ich mal, gehe ich hier raus und mache direkt die beiden Child-Tempel-Dinger fertig. Ach, Arschloch. Was soll das denn? Der hat doch gesagt, Flaredancer ist ein Slingshot. Jetzt wurde ich getrollt. Nein, bestimmt nicht der Andere. Ich will nicht, dass das der Andere ist. Es muss dann ja der Andere sein. Klar. Bringt ja nix. Es nützt ja nix. Es ist der Andere. Ah ja, in dem Raum ist... Der Raum ist wieder warm. Ach, nee, ich glaube nicht, dass ich das hier ohne die Rüstung schaffe. Ich kriege ja wohl den... Ich kriege ja wohl Vagia gar nicht schnell genug da. Ja, warm. Dezent warm. Ich meine, Link stellt sich aber immer ein bisschen an, ne? Ah, hier jetzt gerade... Oh, mir ist so warm. Und dann, wenn du schwimmen gehst... Oh, ich kriege keine Luft mehr. So was schimpft sich Hero of Time. Hero of Weinen eher. Ha! Pfeife. Crybaby ist Link. Warum muss Slingshot Deep Fire Temple sein? Warum? Tut das not. Und... Bonk. Jo. Danke dafür, Bodenplatte, dass mir direkt ins Kreuz geflogen ist. Nur dafür habe ich jetzt hier den Stress auf mich genommen. Und hier zwei Sekunden Zeit eingebüßt. Für den ollen Raum hier. Ach ne, das war die echte Tür. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ah, ich will nicht meckern, aber so ne... Gegen, gegen so ne Goron Tunic in so ner Chest hätte ich natürlich auch nix. Just saying. Würde ich auch, äh... Würde ich auch akzeptieren. Dann können wir... ... ... ... Jaaa... Eventuell hätte ich dann Glück. Ja, ist richtig. Aber wenn ich Shop Sanity an hätte, dann würde ich mein Ziel von 5 Stunden 30 oder weniger nicht erreichen. Zumindest wäre das sehr unwahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es noch schneller gegangen. Wer weiß. Kokiri Shop, Light Arrows, Magic, 4 Medallions. So Sachen hätte ich dann da bestimmt kaufen können. Ha! Skill... Skill Throw! Dann ist ganz geskillt runterfallen. Ich bin so schnell. Ah, okay, Boski. Ja, okay. Ja, und vielleicht nochmal? Ist fast passiert. Hat nicht mehr viel gefehlt. Schon wieder. Wofür? Hierfür. Wofür? Ich bin der Wofür! Wofür? Wofür? Ach komm, ich bin doch weggerollt. Der hat mir doch gar nicht treffen können. Mistfink. Mistfink, Alter! Verdammter. Das wird jetzt ein Spaß mit dem fiesen nicht kooperativen Controller über so Dinger hier laufen. Einfach ASG anmachen und drüber rennen. Oh yeah. Gib mir Rupies, die nicht in meine Tasche passen. Das ist immer... Oh. 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 Ja, genau. Wieder ein Raum mit Temperatur, wo Link sagt... Oh. Nein. Nein. Das gefällt mir nicht. Ach nee. Ja. Denifitiv ist das hier. Very hot. Very hot. Ande, die kommt erst hier oben. Oh, scheisse. Twenty-one. Twenty-one. Oh, scheisse. Twenty-two. Ah, jees. Wie bliss. Ah, jees. Unnötig. Wo komm ich denn an, wenn ich jetzt hier runterspringe? Ich glaube... Ich glaube, der Ort, an dem ich ankomme, ist uncool. Also... Ganz normal runtergehen. Hier. Hopp. Was hat der denn jetzt so krass gelaggt? Boah. Verdammt. Da war ich aber wieder mutig. Er war sehr mutig. Wäre ich da rückwärts runtergefallen. Ohne den Teleporter. Cool. Überall geht's. Das ist eine der zwei Wände im Spiel, wo es nicht geht. Wer? 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 Besser ist das für dich, dass du mir jetzt hier nicht ein Leben zur Hölle gemacht hast. Äh, was ist das denn hier? Dass die, das Ding direkt, äh, die, die, die Schnecke direkt an der Ecke stehen lassen. Die nächste Schnecke ist genauso behindert. Aber die krieg ich schon eher unter Kontrolle. Weißt du? Ja, definitiv wussten die das. Also, jetzt für diese shitty Slingshot muss ich jetzt fast den kompletten Fire Temple machen. Was soll das denn? Quick Adventure, in and out, 10 Minutes. Oder so, ne? Nein. Mal eben fix hier durch, geht, ne, ist nicht. Ist einfach nicht drin. Wir sind so, wie es ist, nicht drin. Nein. Okay. Ach, er hat diese Raum. Ich erinnere. Kompass. Geld. Geld. Geld ist immer gut. Wir brauchen alle Geld. Wir brauchen alle Geld. Immer. Ja. Fähig. Äh, äh, äh. Okay, das war jetzt ganz offiziell der erste Durchlauf, den ich hier habe, ohne dass ich in so einen, äh, in so eine Feuerwand gelaufen bin. Haha, haha, kakao, kakao. Ach ne. Immer. Ich frage mich, wie diese Schalter hier verrosten können, wenn, wenn, wenn hier kein bisschen Wasser in diesem Tempel ist, der aus Feuer und Lava besteht. Aber gut. Äh. Müssten wir erstmal so akzeptieren. Es ist jetzt einfach so. Ne, das ist jetzt so. Tür, Wand, Tür. Okay, thanks. Bye. Ja, die weiß nicht. sfhphp Na, die hörst du dich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keç ist. Denn so. Ich weiß nicht. Wenn ich die Praxis haben, ist das, wenn ich es nicht gemacht habe. Schade. Dann, ja dann. Müsste jetzt der Megaton-Hammer die Slingshot sein. Logischerweise. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ist ja nur noch die Hammer-Chest und und der Endboss. Der Tipp hat ja gesagt Flair Dancer Slingshot. Der erste hatte sie nicht, also ist das hier zweite Flair Dancer. Ja! Flawless logic. Flawless logic. Ich werde gleich diesen Raum so verfluchen. Ich werde gleich so böse werden. Ganz bestimmt. So, Slingshot ist nicht drin und dann weiß ich nicht mehr weiter. Äh. Ne, ist schon richtig. Ist schon richtig mit dem Reset. Kann ich jetzt nämlich noch zwei weitere Dinge tun? Okay, noch zwei seitere Wingeln, weitere Dinge checken. Nämlich den linken, die linke Boulder-Chest und die Summit-Ferry. nicht mehr. Oh, gut. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Ja, das wollen wir. Das ist gut. Ist okay. Ist okay. Toll. Tatsächlich toll. Also... Ist jetzt... Nicht unbedingt schlecht. Das erleichtert mir die... Sera... Tag, damit sind die beiden Dinger raus... Das war's für heute. Check. Der hat den Button Press nicht genommen. Ja! Okay, jetzt spielt... Das war's für heute. 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 Also... Okay... Ich bin... Ja, da ist... Ich muss dann... Also, der kleine Link hatte schon ein sehr krasses Organ. Das kann was groovy. Bunch of Arrows, du blöder Sack. Du blöder Sack. Nein, ich brauch nicht self-wapen. Ich denk mal, ich komm hier so durch. So wieder raus, ohne Probleme. So wieder raus, du blöder Sack. 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 So wieder raus. Na egal. Genau. Das ist, was man braucht. Da. Klappt doch! Geht doch alles ohne diesen ganzen Vierlefants, den sie hier einem im Wald andrehen wollen. Schwerter. Humburg! Brauchen wir nicht. Wir sind die Kinder des Waldes. Wir brauchen... Scheißdreck brauchen wir. Da. Auch cool. Auch cool, in der Animation wegzufliegen. Oh, komm. Komm. Ein Träumchen im Bäumchen. Sozusagen. Dich brauche ich. Und... Dich brauche ich noch. Und... Mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Letztes Mal hat es nämlich fast funktioniert. Ne. Da kam das Nüsschen zu spät. Nüsschen aufs Äugchen. Aufs Äuglein. Check. Check. Nächste. Sehr gut. Oh. Requiem. 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 Get. Und... Wow. Dann glaube ich der dritte Deko-Schild. Ja. Nur mit Stock, Nuss und Deko-Seed. Ja. Die Musik passt, ja. So. Ähm. Zoras Fountain. Fertigmachen. Alles Schild-Dungeons clearen. Nächste Medaillen holen. Japp, japp. Oh. Vier Sticks könnte bei Barrenade ein bisschen knapp werden. Vielleicht einfach mal gleich nochmal gucken, wie man... ...ein Broken Deko-Stick hinkriegt. Vielleicht finde ich ja auch in dem Ding, äh... ...Schwert. Das weiß man ja vorher noch nicht. Na gut, dann... ...nicht. Ja, die Musik hätte jetzt... ...besser sein können. Ich finde das aber irgendwie nett, dass die Prinzessin Ruto, ähm... ...auf dem Weg zu ihrem Vater ihren Brief hat liegen lassen. Sehr... ...zuvorkommend von der kleinen... ...Fischfresse. Von dem. Oh. 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 Ah! Aber hier kann ich mir doch nochmal... Ja, zumindest einen Stick holen. Ah, jetzt hab ich... Ja, jetzt hab ich fünf Sticks. Jetzt reicht das für... ...Baronade. Gut, Nocturne of Shadows brauch ich jetzt nicht unbedingt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo, wo, wo? Nein! Ah! Da! Ich hab ihn nicht gefunden. Ich konnte ihn nicht checken. Ich hab da nur das Minigame gestartet. Warum diese Musik? Da war irgendwas falsch dran, das Minigame zu starten. Das war aber schnell. 18 Sekunden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Was kann ich denn hier? Ist jetzt nicht early, aber ist auch nicht late. Also... Jetzt ist eh egal. Jetzt muss ich... Brauche ich keine Hard Container mehr sammeln. Oder Hard Pieces. Piece of Hard. Das ist jetzt... Jetzt habe ich 22 Herzen. Das kriege ich gerettet. Ich habe es gejinxt. Ich kriege es gerettet. Gott sei Dank. Safe Strats. Backup Strats. Backup Strats. World Record Pace. Restort. Ich hole jetzt aber eben noch mal ein paar. Ein paar Sticks. Tatsächlich sind mir... 5 zu wenig für den Dungeon. Die Boomerang Chest. Tja gut. Die kriege ich mit Dings hin. Mit dem Slingshot Notfalls. Wovon habe ich denn jetzt? 10? Äh. Äh, 2 noch. Warum die Fischmenschen auch keine Stöcke verkaufen. Die Fischköpfe. Mit Shop Sanity hätten die jetzt hier, äh, Bigoron Sword und, äh, äh, ähm, Kokiri-Schwert und so eine ganze Kacke gehabt. Hundertprozentig. Das wollte ich. Ja, genau. Die Potts für ein besseres Geschäft. Für mich sind die definitiv besseres Geschäft, ja. Da ist es wohl wahr. Also, ich hätte ja auch gar nicht die, ähm, die 50, die 60 Rupees gehabt, um die sechs Dinger zu kaufen. Also, alles gut. Vielleicht gibt die Ferry mehr ein Schwert. Wer weiß. Oh, nee, das ist, ähm, eine böse Fee. Mit der Musik ist das eine sehr böse Fee. Die möchte uns wehtun. Na gut. Na gut. Ach, doch, äh, Moment hier, check. Check, dann ist das wieder weg. Und, aber... Also, so wie der Fisch hier atmet, äh, ich glaub, das ist nicht so gesund, dass der an Land liegt. Und, dass der Nasenlöcher hat, ist, äh, auch nicht normal. Das ist eine... Perverse Laune der Natur. Diese Fisch-Gottheit. Das ist eine große Fisch-Gottheit. Okay, Quick-Jaboo. Und hier drin, ähm... Lens kriegen. Ja. Ja. Hab ich jetzt, äh, möchte... Hab ich jetzt so für mich entschieden. Ich möchte hier drin gerne, äh, Auge der Wahrheit kriegen. Wäre cool, wenn das so klappt. Nicht, nicht so wie das hier jetzt nicht geklappt hat. Nein, sie ist nicht gelangweilt. Sie meckert nicht. Aber die Musik gefällt mir wieder. Bäh, wieder so aus dem Nichts. Boah, dieses... Dieses fette Viech rausgeklatscht kommt. So, Ruto, ich missbrauche dich als... Switch-Holder. Das ist nicht die Boomerang-Chester, das ist die Map-Chester, oder komm. Ist doch scheißegal. Ist doch eigentlich so egal, welche... Welche Chest das hier ist. Ach, die Arme. Ist immer noch wie ich... Ist immer noch wie ich... Wie ich das letzte Mal gesagt hab. Die ist hier mit... Mit Absicht reingegangen. Oder aus Trotz. Und ist so dämlich, um einfach nur einen Raum zurückzugehen und aus dem Maul rauszukriechen. Äh, und jetzt muss ich hier wieder mein Leben riskieren für die Olle. Es ist unfair. Das Heldendasein ist gar nicht so... Heroisch. Immer musst du irgendeinen Mist machen... Und nie kriegst du da irgendwas für. Ziemlich viele Bombschuße in dem Fisch. Na gut. Und jetzt benutze ich sie auch noch, weil sie fett ist. Damit der Schalter angeht. Ich muss mal gucken. Ist das hier? Ich muss mal gucken. Ich wollte sie draufsetzen und dann hier, äh, Vibrudo machen. Aber... Aber... Nummer 4? Ja, das ist das, ähm... Ich glaube, das ist der vierte Dekoschild, den ich gekriegt habe. Müsste hin... Dürfte hinkommen, ja. Okay, die alte ist jetzt wieder am Eingang. Ziemlichkeits... Hier durch. Ja. Nichts da. Bonk. Ach ja. Tu das, äh, ich denke, weil ich werde sicherlich noch ein bisschen hier dran hängen. Also bis gleich. What's that, an octopus? Sounds like hentai to me, but okay. Wow! Wowie! One-Hit-Kill! Und noch einen Broken Deco-Stick gekriegt dafür. Geil! Okay. Aber gut, konnte ich ja nicht mehr... Hatte ich dann nicht mehr viel von. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Wowie! Äh, voll gut. Wieder ein Gratis-Medallion. Wann mal gucken. Aber irgendeine Hardwall wird bestimmt noch kommen. Irgendwas wird noch kommen, wo ich richtig Probleme kriege, weil es fehlt. Und, äh... Und sei es am Ende, weil ich... Weil mir Double-Matic fehlt oder so. Was ist der Action? Und jetzt? Ja. Wie ist das? Wie ist das jemand der Rennverbein? Das ist... Und zwar die Hände. Ich kann doch noch mal wieder rauskriegen, aber... Ich möchte doch mal wieder rauskriegen. Gute. Gute. Ja. Als der Rennverbein... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einmal mal gucken. Auf der anderen Seite. Naja, 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 naja. Andere Seite ist gut. Gut, ist fertig. Wieder die falsche... Guck wie viel ich erwische. Zwei. Und er lebt noch. Dann doch lieber so. Ja, genau so. Und nicht anders. Ja, naja, 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 naja. Komm. Danke. So, wenn man es hat, soll man es benutzen. Wuppies. Bomben. Gut, das... Das Bigoronschwert wäre natürlich jetzt cool. Ah, Pinky, jetzt... Bist du jetzt zufrieden? Ihr zweisteinige Axt gegen Schwert. Jetzt ist das doch ein fairer Kampf, oder? Jetzt habe ich keinen Stock mehr. Jetzt hat der Gegner potenziell eine Chance gehabt. Ja. Jetzt war es nicht unfair für ihn. Er hätte gewinnen können. Hat er aber nicht. Oh, jetzt kriege ich die Zora-Tunik. Ähm. Nicht, dass ich sie noch bräuchte, aber wir gucken sie uns mal an. Oh, ja! Beste Farbe! Ah. Ja, finde ich genau... Genau, wenn er mit seiner Waffe nicht umgehen kann... Nicht mein Problem. Ja, tatsächlich ein sehr geiles Pink. Sehr intensiv, sehr grell. Schön. Wirklich. Coole Pink. Ist eine sehr coole Pinke-Ton. Pinke-Fabton. Okay. So macht man das nämlich. Die habe ich doch gar nicht. Ich weiß nicht, warum der mir die markiert hat. Die Ice Arrows. Die habe ich doch gar nicht. Ich dachte, die da noch heißt... Ah, der bescheißt. Der markiert die Ice Arrows. Der hat die gar nicht. Skandal! Wie ist das? Also, wenn ich mich gar nicht aufs Auge mache... Ahhhhhhhhhh. Ich weiß. Da-dum. Was der mich gehauen hat, war praktisch. Damit konnte ich mir einmal komplett die Bewegung sparen. Ey, okay. Schluck trinken. Vor dem harten Kappen. Ja, wirklich nur ein Schlückchen. Und Schäde spalten. Einmal noch. Jetzt. Nochmal. 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 Jetzt aber. Ja, wer macht denn jetzt hier? Ladies. Sie. Sie. Dann ist die sch... Weil die so... Absolut beschissen zueinander fliegen. Oh, jetzt sehe ich... Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja. 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 Hi, Chaos. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Alles Fynn bei euch? Freut mich. Ja, könnte nicht besser sein. Kann nicht klagen. Oh, war das jetzt 19? Ja, okay. 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 Oh, das waren sogar fünf Treffer. Cool. Nächste Phase ist... Nächster Hit ist der Down. Rausgesetzt, sie meint es gut mit mir. Oh, mach jetzt noch mal ein Eis. Okay, warten wir noch einen ab. Ah, mein Auge juckt. Kommt bei mir immer schnell vorbei und kratzt mir am linken Auge. Okay, nice. Twin Roller, done. Okay, nice. Twin Roller, done. Das war's. Na, wo, 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 wo ist's? Geld. Ah, komm, den Geldsack nehmen wir mit. Fertig. Brauchen wir nicht, haben wir jetzt. Fertig, gut. Alles okay. Ähm, jetzt muss ich leider Gottes... Leider Gottes... Leider Gottes... Wo komm ich raus? Hier, ja, natürlich hier. Wie komm ich jetzt am schnellsten von da hin? Reiten. Ja, dieses Lied und dann... Okay. Stimmt, den hatte ich doch auch schon. Leider noch ein bisschen Zeit. Geht leider jetzt noch ein bisschen Zeit drauf. Gibt auch keine bessere Möglichkeit da hinzukommen. Ich weiß nicht, dass ich wüsste... Ah, ich kann nicht reiten. Ich hab das Pony immer noch nicht. Der Pony Song. Der Pony Song. Ja... Ja, ganz vergessen. Ich hab das Pony ja immer noch nicht. Ich hab das Pony. Ist aber nicht schlimm. Ist echt nicht schlimm. Das ist jetzt... Eine Minute länger oder sowas. Anderthalb Minuten. Oder so. Wir sehen uns so. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das sind sehr confirm, die Krasseliecki. Wir sehen uns. Ich will nicht mit dir reden. So, bevor ich das Schild aus Versehen lese, mach ich's kaputt. Snap, snap. Snap, snap. Snap, snap. Snap, snap. Wo war der denn jetzt? Nicht, nichts. Wo war der? Ich glaube ja. Ah, er links rum, dann oben an der Statue. Ja, 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 ja. Oder, ja, oben an der Statue, oder so. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Na, ja, ja. Das war's für heute. Was ist das? Was war, glaube ich, auch nur noch? Noch die eine Tür, die fehlte für die Dingseros. Eiseros. Das war natürlich nix rum. Ärgerlich. Ja, ärgerlich. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Oder ob ich schon mein Way of the Hero Item hier rausgeholt habe. Greater Magic, okay. Ahm. Schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Meine Fresse. Noch mehr Werbung? Ja, natürlich noch mehr Werbung. Und noch eine? Ja, klar. Ich hau mir noch mehr Müll in den Stream. Dann weiß ich nicht mehr, was der Way of the Hero gewesen sein soll. Heartpiece Grave, Heartpiece Grave, Heartpiece Grave. Wo war das Heartpiece Grave? Geht's wieder los. Ah, wahrscheinlich werde ich gleich noch, äh, Ice Cave müssen, weil, äh, ne, nein, nein, muss ich nicht Ice Cave. Wahrscheinlich werde ich gleich noch, äh, Fire and Water machen müssen, damit ich Nacktung kriege, weil ich mich da gleich nicht hochschotten kann. Ich meine, eigentlich kann man sich da hochschießen mit einem Hookshot. Scheiß, irgendeinen Scheiß Grabschein lese ich immer. Was geht's hier ja los? Wo war der? Nein. Ja. Hier. Wunderbar. Great Magic, okay. Gut. Gut. Ich wusste es. Ich wusste es. Scheiße. Das nervt jetzt. Das nervt mich. Das nervt maximalst. Ich wusste es. Ach ja. Ja, okay, okay, okay. Die Musik ist definitiv entspannt. Trotzdem regt mich das gerade sehr auf, dass ich jetzt hier Fire und Water noch fertig machen muss, damit ich diesen Kack-Warp-Song bekomme. Ah. Gucken wir jetzt mal wieder links-bräsige Fresse an. Okay, doch nicht. Okay. 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 Was ist das? Okay. Hier irgendwo drin Schlüssel brauchen werde. Nein, bei euch nicht gut. Okay. Ja, das ist der Dreck, das ist ja der Analogstick, der hängt so behindert irgendwie rum. Der geht nicht geradeaus. Ja, der zieht nach links, ganz leicht. War gerade schon genug, um Link zu sagen. Ah, Link. Oh, kommst du jetzt nicht hoch. Ich möchte da nicht. Ihr will ja nicht. Okay, versuchen wir den Trick nochmal mit der Ecke. Das war gut. Das war wirklich schön. Das hat mir selber sehr gefallen. Hey, willkommen zurück. Ich hab's mal ausprobiert. Letzten Run hat's auch fast funktioniert. Da musste ich das zweimal in die Ecke ziehen, welchen Takten zu weit weg war, stand. Aber jetzt hat's geklappt. Zehn Hits, one cycle. Hätte ich jetzt noch das Bigorons Schwert gehabt, dann wär's... Dann wär's fünf Hits gewesen. Fünf Hits, glaub ich, auf jeden Fall wär's schneller gewesen. Komm, es gibt doch die Cutscene, bitte. Warum? Warum tust du mir das, du Spiel? Okay. Jetzt heißt es... Daumen drücken. Daumen drücken, dass ich Volvaria ohne Rüstung schaffe. Ich werd mir auf jeden Fall noch ein paar Feen vorfangen. Auf jeden Fall die zwei Feen vorabholen. Na gut. Dann halt nur eine Fee... Hammerbomben. Resetet der Timer jetzt, oder? Ja. Okay, ich habe zweimal 90 Sekunden. Wo war ich eigentlich ja gethype? Nein, ich, ähm... Ich brauch, äh, die, die, ähm, Dings... Die Items hier, die, die Stones, damit ich, äh, Nocturne krieg, weil Nocturne hinter der Ocarina of Time steckt, hinter dem Song. Und ohne Nocturne komm ich nicht zum Shadow Templo. Kann halt das Spiel nicht beenden. Erstmal verbrenne ich jetzt. Verdammt. Und dann verkacke ich auch noch einen Hit, ey. Äh, getroffen habe ich ja noch, getroffen habe ich ja noch. Komm, stirben! Gott sei Dank. Zack, zack. Ah. Ah, deine Scheiße. Ja. Wunderbar. Ja. Wunderbar. 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 Das Knacken. 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 Das war ich wohl. Das war's für heute. Oh, ein Piece of Heart, das ist natürlich traurig. Die gibt es, verdammt. Da sind mir die Redeads, die Redeads sind wie lieber, die sind nicht so, nicht so arg pendelt krank wie die gibt aus. Ja, bis dann. Der, die, die Gyptos haben, der ist eben die penetranter als der von Redeads. Ach, Link. Hüpferchen, ein Hüpferchen vom, 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 vom Rand gemacht. Kein vernünftiger Sprung, ein Hüpferchen. Dann passiert sowas. Habe ich, äh, mal kurz in dem Video von, bis, ein bisschen reingeguckt von dem, von dem Rom-Hack. So kenne ich da absolut gar nichts von. Aber, scheint nervig zu sein, wenn man da extra viele von denen nimmt. Sehr penetrant wohl. Oh, ich meine, der ist ja persönlicher Geschmack und so. Aber, ich, habe halt nicht genug, äh, Ahnung davon. Um die Reds, um mir eine Meinung zu bilden. Bist du ein Like-Like? Aufs Like-Like. Bist du ein Like-Like. Gut, den weg. Hartne! Dann nehmen wir halt einfach dich. Bombe und legen besagte Bombe auf den Willen. Ich spreng mal in nemных nichts mit was damit. So, wie es jetzt geplant war. Ja, glaube ich. Da muss ich vielleicht auch mal ein bisschen was vergucken, wenn es lustig ist. Ja gut, zum Ende jetzt noch einen dicken Pop wegkriegen, ist okay. Kann ich jetzt, kann ich jetzt natürlich noch checken, die ganzen Upgrades. Alles, was ich noch gleich checken muss, ist das Medaille. Da ist das. Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich! Schaffe ich doch milch! Ach komm, den Lacher war es wert. Jetzt schaffe ich es aber. Eine Trusher Low habe ich auch fertig. Bis zum Spot, Boins. Den Lachern, ich kann noch kommen, aber das ist drin. Ich bin noch die Trusher Low und ich habe fertig und zum Spot. Oh, oh, oh. Ja, ist sie, weil sie einfach so affig ist. Ich habe den Signal Green Rupi noch nicht gefunden. Wo der wohl kommt? Sicherlich interessant. Ich hoffe, ich finde die nicht mehr. Ich hoffe, es kommt die mehr so weit. Ich hoffe, es geht nicht. Der Raum ist doch so beschissen. Weg diesem Ding da oben. Na? Ähm, eine, eine, eine. Und hinz? Ja, da... Ganz bestimmt ist das Absicht. Damit man nicht mal eben einfach die Viecher tot kriegt. Aber jetzt auch. Da. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, okay. 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 Aber so... Ah, ah, ah. Nee, komm, hör auf. Das ist widerlich. Okay, let's go, ich hab'n Deku-Stick. Bongo, Bongo ist sowas von tot. Es ist vorbei. Okay. Ich hab'n... Ich komm' mit'n Stock. Gott ist... Moment, ich muss mal kurz was zeigen. Ähm... Ich hab' mich ja so über den... Über den Control-Stick beklagt. Jetzt ist hier Folgendes passiert. Er ist gerade abgefallen. Er ist einfach abgefallen. Ähm... Ähm... Okay. Man kann ihn wieder draufstecken. Ich weiß... Ich weiß nicht. Ich... Ich mach' hier und dann rutscht mir der Control-Stick so vom Daumen runter. Auf einmal flöpp! Fliegt hier irgendwas durch mein Sichtfeld und ich guck' Oh. Äh... Schon wieder. Scheiße, ey. Das ist aber kacke, wenn der jetzt ewig anfällt. Nee. Nee. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich daran liegen, weil's irgend so'n... Ähm... B... B-Ware... Nachbau-Ding ist. Ich weiß aber auch nicht, ob ich noch einen N64-Controller hier hab. Also, ich hatte definitiv mal zwei Stück. Diese klassischen Grauen. Und... Grün. Aber... Ich glaub' der Graue hat Zeitliche gesegnet. Und wo der Grün ist, das weiß ich nicht. Kann sein, dass der bei der... Bei der N64 ist die... Die... Die mit... Also mit bei der N64 ist. Die ich verliehen. Entweder lass' ich's so. Und... Wir besorgen morgen mal... Sekunden-Kleber. Und drück' dann ein kleck Sekunden-Kleber rein. Und... Kleb' den dann fest. Oder ich hol' mir bei den Zeiten... Ein funktionierender N64-Controller. Ja. Ja. Haha. Gesehen, der ist ja runtergefallen. Nerv... Ja. Vermut' ich auch nicht, ne? Das ist ja noch nicht. Nein. Wie lustig. Die fallen da alle runter. Nee, dich brauch' ich nicht. Ich brauch' dich nicht. Zack, zack. Zack! Abandone ship! Oh nooo! Oh noos! Ja? Äh... Ja, da hinter ist der Boss. Also hoffentlich... ... Danke! Der Controller hat keinen Bock mehr. Das hat er tatsächlich nicht! Die alte Sau! So schnipps lag... lag das mal so... Plopp! Oh oh! Weißt du, willst du nur ein bisschen hier... ...n bisschen Spaß haben nachher beim Streamen? Dann sowas. Okay, ich hab jetzt genug Schlüssel... ...Bongo Bongo zu bashen. BBB, Bashing Bongo Bongo. Ich hoffe, der hält jetzt doch für die letzten... ...zwei Kämpfe. Drei Kämpfe. Ich hab kein gutes Gefühl mehr beim Spielen. Ach, die Musik hat wieder aufgehört. Ah! Bonk. Ja, aber den hab ich... ...schon seit... ...wat weiß ich wie viel. Das ist jetzt, glaub ich... ...der vierte Randomizer, wo... ...wo die Musik aussch... ...spesmt. ... sites... ...ieren... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A-h-h-h-h-h! Ah, haha, 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 kacke. Ah, und jetzt hat Navi nicht mitgespielt. Ach, komm schon! Verarsch mich doch nicht so hart. Und jetzt zieh mich doch mal, wie bei einer Nachbarung war die Abenteuerung. Das funktioniertun. Und jetzt noch das Problem. Oh mein Gott, das ist alles fertig. Nichts, dass wir hier oben essen können. Grüß mich doch direkt sparsam und lasst die Abenteuerung, Wirklich, dass wir jetzt schon wieder zu 11e Malang. Wirklich, das ist ein paar Abenteuerungen? Ich meine, es einfach nicht so hart. Oh, aber wirklich, dass ihr abenteuer. Hier die Abenteuerung, auf die Abenteuerung, Naja, Monobraue. Leck mich am Arsch, Monobraue. Kapp ich mal! Die blöde Sau! Krepier! Blumenauge hier. Diese Musik, ey. Danke, ja. Eher weniger. Ist eher weniger GG. Ist eher BG. Gut. Das war ein All Dungeons Run. Okay. Ich hab mir aber anfangs auch sehr schwer mit dem getan. Vorbereiten. Wo wir grad beim Thema schlimmere Kämpfe sind. Gleich kommt ein schlimmer Kampf. Ich werd wahrscheinlich 37 Mal von dem Blitz getroffen. Oder so. Und sterb dann bei Ganon. Kurz vor... vor Win oder sowas. Ja, der zieht auch jetzt mittlerweile nach links, der Control Stick. Scheiße. Ah, Ganondorf hat einen Shop aufgemacht. Er hat jetzt ein zweites, äh... zweites Standbein. Er dachte sich so, World Domination alleine bringt mir nicht den Schinken auf den Tisch. Machen wir mal einen Handel auf. Und ich bin sein erster Kunde. Ich krieg bestimmt mega, super Angebote. Hoffentlich. Wär nur fair. Wär nur fair, wenn er mir irgendwas anbieten würde. Irgendwas so... Ah, hier... Neukundenrabatt, äh... 50% auf... auf Deko-Sticks. Oder so. Das waren bestimmt seine letzten Ersparnisse, die ich ihm jetzt abgezogen hab. Aber da wird er sich freuen. Hey, Link! Schön, dass du da bist. Hier in meinem Laden. Und sind das meine 5 Rupees? Du Schwein! Das war blöd. Das war blöd. Die hab ich aber auch schon mal besser hingekriegt. Alle. Ah! Gut, beim letzten Mal hatte ich auch das... Bigorren-Schwert. Da geht die natürlich noch schneller kaputt. Da geht die natürlich noch schneller kaputt. Schade, ich dachte, da wäre nochmal irgendwie eine Fee, weil... So, und jetzt wird's lustig. Ich bin auf die Bossk... Ich bin echt auf die... Bosskampfmusik gespannt. Ich hätte mich gar nicht halten müssen, wenn wir wieder vollgehalten. Moment. Wo beamt der eigentlich seine Orgel hin, wenn der hier fertig ist mit dem... mit dem lila Gezuppel? Wocous! Wo受め denn jetzt durch diese Frau? Wir müssen das jetzt mal wieder Steigeren fürsbergen. Wo enthusi? Boen Sieı. Zählt jemand mit? WTF? Wie oft war das? Acht, neun Mal? Das waren jetzt auf jeden Fall sieben. Und da geht's los. Der Downfall meiner Fähigkeiten, die eh nicht verhandelt. Der Erste, der Erste war Glück. Die Anderen sind jetzt alle Skill. Acht. Ja klar kann man das erst. Kennst du nicht? Skill am Stiel? Das ging jetzt gut hier. Okay, wir fahren jetzt, äh... Fünf. Aber schnell. Dekh-dekh-dekh-dj... Dekh-dekh-dekh-dk-dk... Dekh-dekh-dk-dk... Äh, ich hab jetzt überhaupt kein Schwert. Äh. Scheiße. Lame. Kein Schwert und ich hab keine Deco-Sticks. Verdammt, vielleicht soll ich als Kind nochmal hier entkommen. Dann hat er sofort verloren. Die Eulen-Musik. Die krasse Eulen-Musik. Die Eulen-Musik. Verdammt. Na wie wortlos. Ich hab irgendwie immer richtig Glück bei der Musik. Bei meinem End-Boss-Fight. Es ist immer irgendwas total Behindertes. Zweimal Rummelplatz. Was beim ersten Mal weiß ich gar nicht mehr. Was treibst du da, Dicker? Ich brauch die Magie noch. Ah. Natürlich denkt er nur an sich und haut die hin schon. Hä, bitte, 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 bitte. Ja. Okay, come. Yeah. Okay. Okay. Jetzt sollte ich ein bisschen aufpassen. Ja ne. Okay, okay. Komm, 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 komm. Komm, mach hin, mach hin. Komm, komm, komm. Gar nur die Eule ist da. Ja. Triff ihn doch. Ah. Uuuuh. Halbe Stunde besser als der beste Run. Geil. Ah. Uuuuh. Fast unter 5 Stunden. Fast unter 5 Stunden. Schade. Aber knapp, knapp, knapp. Was hat mich denn dran gehindert? Ganz viel behinderte Scheiße. Hätte ich nicht viermal hintereinander die Kugel verfehlt. Dann wär's das gewesen. Yeah. Okay, ich mach den Timer wieder an. Ich such den Stone of Agony. Äh, und... Ja. Vielen Dank.